Ihr wolltet schon immer mal Minecraft mit Shader spielen, aber euer PC ist zu schlecht? Dann hab ich jetzt genau das Richtige für euch. Es gibt nämlich eine Alternative zu Optifine, welche in meinem Fall die FPS mehr als verdoppelt hat. Und zwar von rund 50 auf 110 FPS. Und zwar geht es um Sodium und Iris. Sodium ist für die FPS zuständig und Iris dafür, dass ihr die Shader benutzen könnt. Also wenn ihr oder einer eurer Freunde an niedrigen FPS leidet, dann schickt es ihm und speichert euch das Video.